Aufmaß XXL Aufmaß XXL bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Aufmaßdaten direkt beim Kunden digital zu erfassen. Intuitiv, wie auf dem Papier. In der Projektansicht wird zunächst ein Objekt, wie zum Beispiel ein Fenster, angelegt. Die zugehörigen Eigenschaften lassen sich nun über eine eigens entwickelte, papierähnliche Oberfläche eingeben. Dabei wird jeder Wert durch ein Feld repräsentiert, in das direkt Daten eingetragen werden können, analog zu einer Tabelle auf dem Papier. Durch ein Tippen öffnet sich ein angepasstes Eingabefenster. Bei der Erstellung der Skizze werden Sie beispielsweise durch grafische Vorlagen unterstützt. Nach erfolgter Eingabe schließt sich das Fenster und Sie können aus der Übersicht heraus direkt weitere Felder bearbeiten. Rollläden oder Griffe werden auf gleiche Art und Weise aufgenommen. Die Lasermessung wird einmal gestartet. Von nun an überträgt der Laser die Ergebnisse automatisch per Bluetooth an das Tablet. Es müssen nur noch die gewünschten Messungen durchgeführt werden. Währenddessen werden die Ergebnisse automatisch verarbeitet. Zurück am Arbeitsplatz kann mit wenigen Klicks eine Übersicht erstellt und ausgedrückt oder die Daten digital weitergegeben werden. Investieren Sie jetzt!